Jerez vom Kassenshof, auf der Veranstaltung Gangpferdetreffen bei Kaya Stürnberg. Er ist von Geronimo vom Kassenshof, aus der Jacinta. Reiterin Anja Hagel. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Wir wollen nicht mehr da auf der anderen Seite. Danke. Danke. Kannst du noch mehr nehmen? Untertitelung des ZDF, 2020